Kein Vater sieht es gerne, wenn die eigene Tochter ihren ersten Freund mit nach Hause bringt. Schon gar nicht, wenn der Typ dauernd flucht und äusserst eigenwillig ist. Übervater Ned Flemming trifft es in Why Him? besonders hart. Die abgefuckten Flemings are in the house! Yeah! Oh mein Gott. Ned, Weihnachten werde ich Steffi fragen, ob sie mich heiratet. Ich möchte gern deinen Segen haben. Die Antwort lautet nein. Gib mir ein paar Tage, dann habe ich dich überzeugt. Heiligabend wirst du Sohn zu mir sagen und ich Dad zu dir. Ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke schon, Dad. Nicht. Was, Dad? Hör auf damit. Okay. Laird wird mit seinem Vorhaben, seinen Schwiegervater in Spee von sich zu überzeugen, allerdings nicht so schnell aufhören und sorgt damit für viel Chaos. Why Him wird uns mit James Franco und Bryan Cranston einen herrlich witzigen Kinobesuch bescheren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020